Wir stehen in der finalen Phase einiger Versuche und ich möchte mich vergewissern, dass unsere Daten gut gesichert sind. Das ist unser bester Mann und ich glaube, die Lösung für Ihr Problem... Schau nur, dass keiner reinkommt, der nicht reinkommen soll. Sag mal, habt ihr das auch? Ja, na im Computer, da ist so ein gelbes Ding, der irgendwie den Computer ist. Was? Sie haben gestern sämtliche Passwörter bekommen. Adam sollte sich um unser Sicherheitssystem kümmern. Ja, das ist ja jetzt nicht mehr nötig. Hallo? Sie haben abgeschlossen. Hallo? Er ist für alles verantwortlich! Bisher ist es so, dass vor allem die Daten der Happy Formula Versuchsreihe mit den Kaninchen deines Vaters zerstört worden sind. Nicht umsonst hat er 40 Jahre für Frieden und Glück auf der Welt geforscht. Hat eine Menge gebracht, oder? Eine Spinner wohnt im Keller, der Nächste kann Toastbrot nicht vom Auto unterscheiden und der Letzte, der ist ein Mittelalter, Notkeller, Happy Freak auf die Familie. Ich war da anders dran, ich bin mir ganz sicher, ich muss die wiederhafen. Die ganze Stadt sucht nach dir, man, du bist voll ein Gangster geworden. Ich hab nichts gedacht. Man muss jetzt einfach mal aufhören rumzuladen, man muss sich involvieren, man muss kämpfen. You don't know what you're talking about until you make your own experience. Vielleicht war das doch ein verrückter Scherz von irgendwelchen, äh, äh, Verrückten... Hey! Die Welt geht unter, das ist voll normal. Ich denke, die Frage ist, wann man loslassen und wann man kämpfen muss. Warte mal ein bisschen und dann wird alles wieder gut. Wenn ich gerade störe, ich kann auch später wiederkommen. Okay.